It's Marv, Servus Türen, mach weiter so Grüße aus wie wie... Oh, das ist schon wieder passiert. Ich hab eh kein Geld, Ernst. Ich hab eh kein Geld. Ja, schönen guten Tag. Entschuldigung, ich hab's jetzt ein bisschen spät gehört. Sonst wäre ich schon früher angefahren. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ich verstehe, ich verstehe. Wie schnell war ich denn, Herr Officer? Ach, sie waren so schnell, dass ich da aufs Messgerät gar nicht reagieren konnte. So sind sie ja vorher durch die Stadt geflogen. Ich hab eigentlich, ich hab glaube ich Rot-Grün-Schwäche, das kann sein. Wer sieht ja nicht auf dem Basar, ne? Warte, du schützt. Ja, nein, oder ist oben violett? Oben ist violett, oder? Ich bin echt am Mülligen, sie gerade zum psychologischen Nachschulung zu schütten. Ne, ne, warte, warte, einmal, eh. Gucken Sie mal, wie es sich hinter sich instaut, sonst muss ich Ihnen auch ein Ticket geben wegen Verkehrsverkehr. Ja, der Herr, der Herr... Warte, bereit? Boah, Bruder, wir sehen aus wie so eine Tampflok. Hast du den mitgenommen? Äh, ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, dass ich... ist ein bisschen problematisch. Mal mit raus, der braucht Hilfe. Komm mal her, jetzt hole nicht so rum, du kleine Heulsus, hör doch auf. Ich bin doch schon da. So. Hoppala, Bruder, du darfst dich nicht so fallen lassen. Du darfst dich doch nicht so fallen, lass dich doch nicht so gehen, naja. Der tut sich einmal am Sofa C anstoßen und durch den Rettungswagen, ich würde, das ist so einer. Sehr unglaublich. Ey, Bruder, wusstest du, dass man auf YouTube kostenlos abonnieren kann? Ja, hab ich schon. Boah, hast du schon... Welche Kanäle hast du denn abonniert, wenn ich fragen darf? Da gibt es dann so einen komischen Hund. Einen Hund, ja. Wir können das natürlich vielleicht später weiter filmen, das Gespräch. Ne, ich hoffe nicht. Hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass wir uns nochmal sehen, der Herr. Boah, Bruder, was ist das? Ich hab grad Prömer gedrungen in drinnen. Alles gut. Alles gut. Boah, jetzt geht es zu den Augen. Ah, das tut weh. Ah, jetzt geht es zu den Augen. Sollte ich... Hoppala, ich bin fast auf Töten gekommen. Ich bin fast auf Waus zugekommen. FBI, open up! Hoppala. Ah, das war... Er weiß, das ist... Bruder, das ist... Da muss man aufpassen. Entschuldige, ich schubst den nicht mal so. Komm, wir machen es einfach. Äh. Hä? Äh. Hallo? Sex, ein halbes Stündenspäten. Uh. Uh. Okay. Noch ein Stück. Nicht besteigen. Okay. Oh, ne, nicht hinten. Oh, der ist mir runter. Warum hinten? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ich mein, uns geht es gut. Uns geht es gut. Nein, guck in die Hand. Der Hand. Der Hand. Das war wieder so eine Schnapsidee. Aber guck mal, wir fahren weiter. Ja, ey. Eih. Uuh. Naja, Caramba. Was, Bruder? Haha. Glaubt ihr, da geht mein Fallschirm auf? Hui. Eih. Warum geht bei mir nicht? Was ist bei mir? Oh, kein Fallschirm. Ja, moin. Danke für nichts, Bruder. Vielen Dank. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, wenn ich mein Fallschirm noch dabei habe. Ja, halbz Hauptsache. Hauptsache, weißt du, was das geil ist? Hauptsache, mein scheiß Fallschirm geht hin. Aufrücken auf, weil ich in einem scheiß Boot drin sitze. Aber sobald ich eben unterspringe, Mö, Falsschirm. Wurde, brauche ich denn Falsschirm. Ach so, deshalb ist da draußen Sirene an. Okay, verstehe. Ja, ja, Bruder, ich muss kurz an der Kuchen wachen. Nach Hause steht schon seit zwei Stunden in Ordnung. Ich habe 500 Euro, dass er dir die Nachricht nicht liest. Kilian, ich habe die Nachricht gelesen. Du schuldest mir 500 Euro, Bruder. Ehre genommen. Hi, du kleines Hundelig. Kleine Frau, nebenbei. Bist kastriert. Na? Ich bin ein vollkommen gesund, eine Rühe, unkastriert natürlich. Essen, Essen. Du musst was essen. Trick musst du auch nicht.